oh mann 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 mensch shift links oben extrakt dankeschön vielen dank sind die wieder ich habe doch noch mehr Ja, gib mal her, Conduit. Können wir bestimmt hin. So. Quantum, du bist leer. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber wir tun es einfach. So. Hm. Okay. To, Toast. Extrarieren aus da. Machen wir mal. So. Eigentlich habe ich das LF-Problem nicht gelöst. Doch, ich wollte was ausprobieren, was funktioniert. Genau. Dann gehen wir mal in den Laser. Hab ich noch irgendwo. Koppel. Hab ich. Was ich brauche. So. Lalalala. Jo. Na. Na. Okay. Ja, das ist doch ein gutes Plätzchen, glaube ich. Wenn ich jetzt F9 mache, kriege ich doch Chunk-Grenzen angezeigt. Jawoll. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Pumpe hin platziere, funktionierst du dimensional? Scheinbar schon. Scheinbar schon. Wenn ich jetzt hier sage, das ist meins. Ich hab mal in Richtung Norden. Da oben. Das brauchen wir nicht. Komm. So ein bisschen. in die Richtung geht es in der Lava Sea, dann machen wir aber hier ein bisschen mehr, und sagen hier, das ist alles geladen, so, Junk geladen, auf 9, da war weg, so, jetzt auch, Messing Redstone Signal, Dankeschön, Messing Redstone Signal, Extrakt, habe ich schon zufällig einen Hebel, habe ich schon zufällig ein Stück Holz, ich habe da gar nichts, ne, Warte, B, nein, nicht B, ähm, A für X habe ich es gemeint, Pumpe, Safe, jetzt habe ich ja nicht so viel rumfliegen, ne, was bist du denn, okay, ich brauche ein Redstone Signal, für diese blöde Pumpe, wer hätte das denn ahnen können, naja, wo manchen ist, schon ahnen können, aber naja, ein Lava bitte, ein Lava Lava, so, und zurück, so, Pumpe war die Richtung, ja, genau, ich bin jetzt auch in die Richtung, Lava, ist auch egal, so, Nase kribbelt immer noch, auf die Kribbeln, ähm, ein kleines Gewissen, Sichtschutz von dem Gas da hinten, so, okay, ähm, ja, So, okay, ähm, ja, nicht anders okay um training ed in der sieben 8 18 warum warum tust du dann nichts? Warum pumpst du nicht? Ah, die sucht. Minus 94, minus 84. Was hast du denn für eine Reichweite, hallo? Was? Bisschen verkackeiern tust du mich schon, oder? Du, das verstehe ich jetzt aber nicht, ne? Ich hab da keine Ahnung. Ich könnte es einfach mal laufen lassen und hoffen, dass irgendwas ankommt. Verstehe ich jetzt aber nicht. Minus 88, minus 84. Minus 88 ist gut in die Richtung. Das andere Minus ist gut in die Richtung. Also irgendwo da hinten. Ich muss es gefühlt, ich hätte es vielleicht hier hinstellen sollen. So, hier, mitten drin. Guck mal, da haben wir sogar. Heiß. Heiß. Sehr heiß. Feuer ist jetzt toll. Ich könnte mal aufhören zu brennen, glaube ich. Danke. Dann stelle ich die Pumpe nämlich hier hin. Bin ich wahrscheinlich zwar fest für ein Gast hier. Ah. Wir probieren es einfach aus. So. Schön schon quietschen. Ich hab ja genug Steine dabei. Zum Glück. Ich dachte ich hätte nicht genug. So lass mal reichen. Okay. Pumpe. Safe. Weiter Knopf. Jetzt geh ich mir die da holen. Na komm. Ein bisschen schneller. Noch nichts gepumpt. Gut. Komm mal mit. Wie. So. Okay. Dann platziere ich dich mal hier. Und mein Rf Dings mal nebendran. Und den Hebel oben drauf. Da jetzt saugt auch Lava. Ey. Wahnsinn. So. Jawoll. So. Jawoll. Ja. So. Wirst du jetzt. Inset. Extrakt. Ja. Da war Lava drin. Perfekt. Mal drüber schon. Auch gleich wieder rausgepumpt. Gut. Dann kriegen wir ja Lava. Dann muss ich das jetzt hier noch Junk loden irgendwie. Oh. Oh. Boah. Keine Ahnung. Ich mach mal hier so einen großen Kreis. So. Und die tue ich auch mal Junk loden. Hier zumindest in der Mitte. So in etwa. Achso. Ich muss dahinter wieder die Chunks entladen. weil das hier begrenzt. Ähm. Ja. Halt. Dann wieder dahinter. Eieiei. Ich muss noch alles einstellen. Damit der Autos mit Kohle versorgt wird. Und und und. Das muss man noch irgendwie überwerkstelligen. So. Und dann. Na das auch so. Dann kann er hier erstmal. So. 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 Ist immer so. Also natürlich große Reichweite behaupten. Dann gucken wir mal. Ähm. Ich hab noch. Ja hab ich. Das war für ein ... Also chirig war wie bei man nach 6 Euro in rosca. dwarfest oder nicht SCHLT. Why charge sounds like schillt $50 Essa DR. So, ich mach jetzt Feierabend, es ist spät genug, ich hab lang genug aufgenommen. Ok Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde noch einen Blick in die Falle werfen. Die hat sozusagen nicht überquillt. Ah, die quillt gut über. Enderpellen können wir jetzt auch genug. Wunderbar. Da müssen wir halt den Computer punkten oder so. Kriegen wir aber hin. So, dann... Abgehörst du auf, ne? Dann macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, ne?